Kinder für das Lesen zu begeistern ist eins der Ziele in den heimischen Schulklassen, so auch in der Volksschule Reichenau. Klassenlehrerin Ulrike Massetti hat dazu Tirol-TV-Chefredakteur Georg Herrmann animiert. In der ersten Klasse bringt er den Schülern die Geschichte, der kleine Igel feiert Weihnachten näher. Im Buch von Christina Butler geht es um die Weihnachtsvorbereitungen eines kleinen Igels. Trotz Baumschmücken und Geschenkebasteln ist der kleine Igel nicht ganz glücklich. Nicht erst, als seine Freunde kommen und mit ihm Weihnachten feiern, ist das Weihnachtsfest auch für den kleinen Igel perfekt. Für die Schüler der Volksschule Reichenau eine besondere Art des Unterrichts, die dank des großen Anklangs sicher wiederholt wird.